Die 5 besten Boxen für das Calax Regal Ich bin sehr zufrieden mit diesen Lividee Aufbewahrungsboxen. Sie passen perfekt in meine Ikea Calax Regale und sind sehr hochwertig verarbeitet. Der praktische Griff erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen der Boxen und sorgt für mehr Ordnung im Schrank. Das graue Design ist modern und passt gut zu meiner Einrichtung. Ich nutze sie für verschiedene Dinge in der Küche und im Wohnzimmer und bin begeistert von ihrer Funktionalität und Qualität. Ich kann diese Aufbewahrungsboxen wärmstens empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen neuen Amazon Basics Aufbewahrungswürfeln. Sie passen perfekt in meine Wohnung und bieten zusätzlichen Stauraum, den ich dringend benötige. Sie sind aus Stoff und Faltbar, was sie sehr praktisch macht, wenn man sie mal nicht braucht. Die ovalen Ösen sind ein nettes Detail und machen es einfach, sie aus den Regalen zu entnehmen. Die hellgraue Farbe passt perfekt zu meinem Einrichtungsstil und ich liebe die Sechserpackung, die ich erhalten habe. Ich kann diese Aufbewahrungswürfel jedem empfehlen, der zusätzlichen Stauraum benötigt. Ich habe kürzlich das AXOP Kinderaufbewahrungsboxen-Set mit vier Stück in der Größe 33 x 33 cm erworben und bin wirklich zufrieden damit. Die Boxen sind perfekt für mein KALAX-Regal geeignet und ermöglichen eine einfache Organisation von Kleidung, Spielzeug und Büchern im Kinderzimmer. Sie sind faltbar und nehmen bei Bedarf nur wenig Platz ein. Die Qualität der Boxen ist sehr gut, sie sind stabil und die Farben sind schön und kinderfreundlich. Ich kann das AXOP Kinderaufbewahrungsboxen-Set definitiv empfehlen. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Amazon Basics zusammenklappbaren Aufbewahrungswürfel-Organizer. Die Griffe sind wirklich praktisch und erleichtern den Transport, während das Zusammenklappen des Würfels die Aufbewahrung einfach macht, wenn er nicht in Gebrauch ist. Die Größe von 26,6 x 26,6 x 27,9 cm ist perfekt für kleine Gegenstände. Es ist auch schön, dass es in einem Set von 6 kommt, was mir hilft, Dinge in meinem Haus zu organisieren. Das schwarze Design passt gut zu meinem Interieur. Ich kann es definitiv empfehlen. Ich habe vor kurzem das Songmix-Aufbewahrungsbox-Set gekauft und bin wirklich zufrieden damit. Die Boxen sind sehr geräumig und bieten viel Platz für verschiedene Gegenstände wie Spielzeug oder Kleidung. Das grau-melierte Design passt gut zu meinem Zuhause und sieht sehr stilvoll aus. Ich finde es auch toll, dass die Boxen faltbar sind und somit sehr platzsparend aufbewahrt werden können, wenn sie nicht benötigt werden. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann das Songmix-Aufbewahrungsbox-Set jedem empfehlen, der nach einer praktischen und stilvollen Aufbewahrungslösung sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.